Moin Moin! Zurück! Und zwar Hartston. Und zwar Hartston, Schwarzfels und Klassenausforderungen. Heute der Droide, Malfurium! Gucken wir mal! Malfurium gegen Rant Schwarzfaust! Wir sind die wahre Horde! Ich bin mal gespannt, wie das so wird. Keine Ahnung, was da für Karten im Deck sind und so. Aber es wird schon, irgendwie wird das schon geschaukelt werden. Wir spielen hier in den Rant. Was kommt denn nochmal? Ruf drei Welplinge. Ach, uh! Ja, stimmt. Ja, okay. Ja, okay, tschö! Ne, Moment. Äh, machen wir mal. Okay. Hör mal, der wird frech, ne? Ist mir ja gar nicht so nett. Badet in Flammen! Ja, badet in Flammen! Tötet den da hinten! Ihr Schwarzfaust! Boah, ich glaube, das wird das Erste, was nicht einfach wird. Die erste Klassenherausforderung. Aber ich möchte auch den Tag nicht vom Abend loben. Bisher sieht das auf jeden Fall etwas anspruchsvoller aus. Das sieht etwas anspruchsvoller aus, muss man sagen. Das muss man schamlos zugeben. So, jetzt ist die Frage. Was machen Sachen? Ich würde sagen... Zack und Zack. Schon mal. Und dann Zack. Oh, ne? Wie ist das selber? Legt euch nicht mit Zahne an! Das war auch dumm, ne? Boah, das war so dumm. Egal. Komm. Geht noch. Geht noch. Haben wir noch gerettet, die Situation. Das ist von nüchter Dringlichkeit. Lass mich in Ruhe. Konzentriert euch auf den Helden, ihr Narren. Legt euch nicht mit Zahne an! Ist nicht einfach. So. Dann machen wir das jetzt mal so. Spüre meinen Stahl! Spüre meinen... Hä? Was war das? Kostet ein weniger für jeden Diener in diesem Zug. Ach, das habe ich jetzt natürlich nicht bedacht. Ich Bananenkönig, Alter. Ich bin ja eine Pfeife. Das gibt's ja gar nicht, was ich für eine Pfeife bin, ne? Ja, dann ist ja klar. Dann ist halt alles klar. Spüre meinen Stahl, Schwein! Für jeden Diener. Spüre meinen Stahl! Ein Diener. Drei Diener. Vier Diener. Sechs Diener. Machen wir mal den. Drei Diener Flammen. Okay, 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 okay. Oh, was ist das denn schönes? Probieren wir schon mal. Oder vielleicht einem Diener plus fünf, plus fünf und Spott. Hm. Mein Schild für Argos. So! So nämlich. So nämlich. Was sagen wir hier für jeden Diener, den ich so geschoben habe. Okay. Ähm. Und damit müsste es gleich geschafft sein. Boah, der hätte fast nichts. Joa, beiß dir mal die Zähne aus. Joa, das war's. Komm. Komm. Kannst du nicht mehr. Juhu! Richtig geil. Ah, schön. Einfach schön. Und wir bekommen den, äh, Vulkan Borke. Vulkan Borke für neun Mana kostet ein weniger für jeden Diener, der in diesem Zug gestorben ist. Hatten wir auch gerade drinnen, ne? Joa, ist nicht übel, jetzt auch nicht supergeil, aber ist okay. So. Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir raschen ja geradezu durch momentan. Ähm. Dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder, beim Hexenmeisterklassenherausforderungen. Und wenn es euch interessiert, wie gesagt, in der Videobeschreibung ist der Link zur Playlist oder auf dem Kanal. Jut. Renn ihr hauen.